Sie müssen Ihr Zahnputzkonzept auf Ihre Zähne, Ihr Zahnfleischzustand anpassen. Das sollte am besten in der Zahnarztpraxis von einer professionell ausgebildeten Zahnarzthelferin auch festgelegt werden und mit Ihnen auch ständig geübt werden, damit Sie da die richtige Putztechnik erlernen und auch die richtige Technik dann anwenden, damit Sie sich zum Beispiel nicht Ihr Zahnfleisch kaputt putzen. Man sagt ja immer so, Zähneputzen dauert zwei Minuten. Zähneputzen dauert nicht zwei Minuten, sondern dauert halt so lange, wie es dauert. Sie sollten sich also einen Startpunkt aussuchen, wo Sie anfangen, sollten dann wirklich auch das Formspiegel machen, jeden Zahn einzeln, bis Sie halt alle 28 Zähne von allen Seiten so ordentlich geputzt haben, dass Sie sicher gehen können, dass dort keine Beläge mehr vorhanden sind. Der Mensch ist ja von sich aus eher faul und macht nur das, was unbedingt notwendig ist. Und da hat die Industrie einfach mit der Sanduhr damals wahrscheinlich festgelegt, okay, lass den Patienten mal zwei Minuten putzen, das ist eine gute Zeit. Aber das ist völlig überholt. Zähneputzen dauert sicherlich länger, wenn man das vernünftig macht. Was macht man denn zum Beispiel, wenn man alleine für einen Kiefer zwei Minuten braucht, lässt man dann den anderen ungeputzt? Es gibt wissenschaftliche Untersuchungen, die zeigen, dass rein theoretisch es reichen würde, sich einmal in 24 Stunden die Zähne zu putzen. Das müsste man dann allerdings so perfekt machen, dass die Bakterien mit ihren Säuren dort keinen Schaden anrichten können. Und da die wenigsten Leute in der Lage sind, sich perfekt die Zähne zu putzen, kann ich von solchen Praktiken nur abraten. Man sollte sich wirklich nach den Mahlzeiten die Zähne einmal ordentlich sauber machen. Man sollte auch eine gewisse Zeit warten, bis man das macht, weil sie durch den Genuss von den meisten Getränken und Lebensmitteln auch natürlich Säure zuführen und auch so Zahnschmelz partiell anlösen. Und wenn sie dann sofort danach mit der Zahnbürste da dran gehen, würden sie sich auch partiell den Zahnschmelz wegputzen. Es gilt so eine Zeit zwischen 30 und 45 Minuten, sollte man nach den Mahlzeiten warten, bis man sich die Zähne putzt. Elektrische Zahnbürsten sind natürlich absolut en vogue. Aber auch da gilt natürlich, selbst die beste Maschine wird wahrscheinlich nicht ihre Arbeit verrichten, wenn der, der sie führt, nicht in der Lage ist, sie zu führen. Es gibt Menschen, die können sich ganz, ganz hervorragend mit der manuellen Zahnbürste ihre Zähne putzen. Und dann gibt es einfach welche, die sind manuell nicht so begabt. Für die ist es wahrscheinlich einfacher, dann eine elektrische Zahnbürste zu benutzen. Aber auch da gilt, die Zahnbürste putzt nicht von alleine, sie wird durch ihre Hand geführt und wird auch nur da sauber machen, wo sie sie hinführen. Sie sollten gucken vor allen Dingen auch, dass sie nicht zu viel Zucker zu sich nehmen. Die Bakterien, die für die Karies nachher verantwortlich sind, brauchen einfach Zucker für ihren Stoffwechsel. Und wenn sie den Bakterium auf dem Zahn ständig Zucker anbieten, dann wird das Bakterium Stoffwechsel betreiben, Säuren ausscheiden und diese Säuren zerstören langfristig dann die Zahnsubstanz. Es wird ja viel gesagt, dass natürlich Fruchtsäfte und Obst generell gesund sind, was natürlich stimmt, aber natürlich ist in jedem Fruchtsaft, in jedem Stück Obst auch ein gewisser Säureanteil drin. Und wenn sie den ganzen Tag halt ihre Zähne mit diesem Säurezeug belasten, dann wird es irgendwann dazu führen, dass sie Zahnsubstanz wegätzen, was Säuren nun mal macht. Sie sollten also wirklich gucken, dass sie nicht den ganzen Tag Säfte trinken, Obst essen. Sie sollten also wirklich gucken, dass sie nicht den ganzen Tag Säfte trinken, Obst essen. Sie können das sicherlich machen, dass sie das morgens, mittags, abends einmal machen zu den Mahlzeiten, aber zwischendurch sollten sie das lassen. Ebenso wie zum Beispiel Cola oder Fanta, sonstige Getränke, wo viel Zucker oder in der Cola auch viel Phosphorsäure drin ist, wird dazu führen, dass sie ihren Zahnschmelz auflösen. Bleaching, das ist ja das, was heute alle wollen, schöne weiße Zähne. Man muss ganz klar sagen, das, was sie in der Apotheke oder im Supermarkt an Zahnpasta kaufen können, was diesen Whitening-Effekt verspricht, würde ich eher als fragwürdig betrachten. Da sind homeopathische Dosen an Bleichmittel drin und die werden sicherlich nicht den Effekt erzielen, den der Zahnarzt mit einem professionellen Bleaching in der Praxis erzielen kann. Das sind zum Beispiel Zahnpasten, die einen sehr hohen Schleifmittelanteil haben. Da sollte man also darauf achten, dass Zahnpasten keine Schleifmittel enthalten. Das ist im Prinzip wie Schmirgelpapier. Wenn Sie das über den Zahnschmelz führen, dann hobeln Sie da richtig obere Schichten runter. Das wird natürlich so einen gewissen aufhellenden Effekt erzielen, weil Sie wirklich Schichten, Beläge runterputzen.